Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Hallo, mein Name ist Bernhard Pohl. Als haushaltspolitischer Sprecher freue ich mich darüber, dass wir finanziell in der Lage sind, die Pandemie in Bayern mit mehr Geld zu bekämpfen, als dies anderswo möglich ist, weil wir gut gewirtschaftet haben. Es gibt aber auch ein Leben außerhalb der Politik. Als ehemaliger Präsident des ESV Kaufbeuren freue ich mich schon jetzt darauf, in einer ausverkauften Erdgas-Schwaben-Arena in Kaufbeuren den nächsten Sieg des ESVK über den EV-Landshut bejubeln zu dürfen. Leider ist das Tenzelfest, das älteste historische Kinderfest Bayerns, in diesem Jahr nicht möglich, aber im nächsten Jahr. Auch darauf freue ich mich, live beim Lagerleben, beim Umzug wieder teilnehmen zu können. Gespannt bin ich auf meine erste Bürgersprechstunde. Bis jetzt finden die Bürgersprechstunden ja nur per Videokonferenz oder Telefone statt. Aber den Menschen wieder gegenüber zu sitzen, das wird ein besonderes Erlebnis. Bis dahin kann es noch etwas dauern. Aber ich verspreche euch, wir Freien Wähler werden in der Bayern-Koalition auch weiterhin alles dafür tun, um die Corona-Krise nachhaltig zu überwinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017